Du, dickes Ei! Das haben Sie wohl gut getroffen, ja! Hallo? Hallo! Wir haben es erst morgen oder übermorgen erwartet, aber das ist kein Problem. Wie ist es? Hier in Italien sagen Sie alles, was singt, Konzerte. So, noch mal folgen Sie mir ganz unabhängig. Ganz? Sie ist stopp! Sie ist stopp! Wer ist stopp? Die Sängerin! Ich werde höre für die Stunden lang, wenn ein Mann aus einem anderen Land spricht er meine Sprache. Guck, schau, schau, schau! Schon ganz nett, ja! Guck, nenn! Die Luft ist schrein. Ich kann mich nicht loslegen. Ja, Susi, was soll ich jetzt da? Evi, wir wollen weiter. Okay? Ich kann das Kabel. Ja, sagt aber, jetzt kommen wir für die Polizei, gell? Nein, nein, nein. Geil Fall. Wir können das, dass wir zwei erwachsene Menschen reden, oder? Nein, nein, nein. So einer bin ich nicht. Ja, tut doch kein Bittos. Wie Sie, Signora? Der ist gar nicht so blöd wie ein Ausschau. Ja, ich weiß nicht. Die ganze Schlüssel mitgenommen. Die Zeit. Guten Tag. SONTRA TOI! Das soll heißen, dass ihr aufs bessere Pferdgesetz tun. Der wird frissen. Los. Tare! Im Autotare! Geh zu! 5000 Euro für Lohnung. Sie sind dabei, ihn schaut nicht mehr. Und morgen werden Sie den nächsten wie los. Wissen Sie, was wollen Sie sagen? Für uns ist ein Hinweis angegangen, dass sich hier in der Gegend ein langgesuchtes Gauner über die Nummer treiben soll. Ich habe gewusst, Sie sind seine Held, bitte sage ich Sie nicht zu trotteln, Sie sollen uns loslassen. Ja, zur Wand, aber teile ich. Ich mache da langsam was. Sie schon von einer Mafia reden, dann müssen Sie den als erstes feststellen, weil das ist ein Erpresser, eine ländliche... Ja, das ist ja kein Erpresser. Ja, servus, Mama. Nein, das geht gar nicht. Ich bin bei euch noch aufgenommen. Nein, nein, das geht gar nicht. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Das gesamte Gebäude ist von ca. 100 Einsatzkräften der Ober, Polizei, Schäuble, Schützen und der Werkwartungsschäuze. Es werden auch Mitglieder der örtlichen Musikkapelle.